Im Zuge des 25-jährigen Jubiläums von Pokémon gab es im Livestream eine riesengroße Ankündigung zu neuen Titeln. Unter anderem gibt es hier ein Doppel-Remake für die Nintendo Switch. Wer sich zurückerinnern kann, der weiß, dass im Jahr 2007 Pokémon Diamant und Pokémon Pearl rausgekommen sind. Und diese werden überarbeitet und dann im Namen der neuen Titel Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle gegen Ende 2021 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Das war aber noch längst nicht alles, denn es wurde das allererste Open-World-Spiel von Pokémon angekündigt, nämlich Pokémon Legenden Arceus. Das ist mal ein Riesending, gerade in Bezug auf Pokémon ist ja ein Open-World-Spiel mega krass. Das kann man sich extrem gut vorstellen. Ich denke mal auch, dass es extrem gut gestaltet wird. Da haben wir auch schon einen ungefähren Release. Das wird nämlich ganz voraussichtlich Anfang 2022, also kurz nach den Remakes, veröffentlicht werden. Kommt ebenfalls für die Nintendo Switch. Wer jetzt denkt, das war es schon im Zuge des 25-jährigen Jubiläums von Pokémon, der hat sich gewaltig geschnitten. Ich glaube, wir alle brauchen mal einen Friseur, der wird ja bald auch aufmachen. Pokémon Snap sagt vielleicht den wenigsten von euch etwas. Auf jeden Fall würde es dort eine neue Interpretation geben. Es gibt auch schon einen frischen neuen Trailer. Alle Trailer zu den aktuellen Spiele-Ankündigungen unten in der Beschreibung. Es gibt ebenfalls ein aktuelles Release. Hierbei wurde der 30. April 2021 forciert. Das Ganze soll ebenfalls exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Viele von euch kennen und lieben den Anime Doctor Stone. Viele bevorzugen den Manga, viele bevorzugen den Anime. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass der Anime extrem krass ist. Und es war Donnerstag endlich soweit, denn ab Donnerstag gab es schon die erste Folge der zweiten Staffel von Doctor Stone auf Deutsch. Da haben sie sich also extrem rangehalten. Das Ganze ist natürlich bei Crunchyroll und auch bei Anime On Demand abrufbar. Link auf jeden Fall unten zum Trailer in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab. Zudem gibt es hier einen Riegel fürs Binge-Watching. Das heißt, es sind nicht alle Folgen verfügbar, aber ihr könnt euch jeden Donnerstag einen Kreuz im Kalender machen. Denn dort erscheint dann die neue Folge. Ungefähr gegen 21 Uhr. Last but not least gibt es noch eine wunderbare Information zu Gintama. Viele von euch wissen es vielleicht, manche vielleicht auch nicht. Denn der neue Gintama-Film The Final gibt es schon derzeit im japanischen Kino zu sehen. Der hatte seine Premiere gefeiert am 8. Januar. Gintama ist vielleicht ein bisschen untergegangen im Zuge. Ihr wisst schon, der Pandemie. Und man muss hier sagen, Gintama hat hier auf jeden Fall nachgelegt. Denn am 15. und 20. Januar 2021 gab es direkt zwei Special Episoden, die quasi als Einleitung, als wunderbare Vorbereitung zum Film dienen. Jetzt gibt es nochmal einen neuen Film-Teaser, der so ein bisschen aufmerksam machen soll, dass der Film im Kino läuft. Und man muss ganz klar sagen, in diesem Film-Teaser gibt es etwas Besonderes. Nämlich werden die Dragon Ball Z-Charaktere etwas hops genommen. Ja, im typischen Gintama-Style. Und wer Gintama kennt, der weiß, dass nicht nur Dragon Ball Hobbs genommen wurde, sondern auch sämtliche andere Anime, unter anderem auch Detektiv-Connen. Finde ich eigentlich ziemlich lustig. Link zum Trailer unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr keine News mehr zu Anime verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Euer Kaido Akai.